hallo und herzlich willkommen bei dieser schönes einschalten ist gut von der amts amts die nacht nur ein bisschen fleißig fleißig ich habe mir schon finden munition herstellt das ist ein bisschen aufwendig aber ja nicht aber weil wir fahren jetzt zurück wir fahren jetzt mal zum oder manchmal lachst zum flug flugzeug und messer ich habe hier bogen ich habe rührt die flinke januar obwohl es lohnt sich erst wenn ich jetzt habe ich da guter fahrung mal zurück motor stadt rückwärts und gummi bremsenlos bremsenlos so nun wenn man schauen wo man wo da ist genau muss man mal schauen da muss irgendwie was sein auf der seite oder auf der seite weiß ich nicht da siehst du gewährme ich noch nicht ausnehmen das gewehr wo ich das jetzt nie dann ist das hier mit drin trotz da vorne sein irgendwo ach da ist es gut so mal schauen kommt gleich mal nachladen schrudi bis nachladen ja pistole auch okay die axt messer also wir sind echt gut durch den sumpfigern hätte ich nicht gedacht mit ja mit dem was wir hatten ja wenig essen manchmal wenig trinken dann munition der messer kaputt aber wir haben uns gut gewuppt ich werde fand es auch am härtesten auch ja im sumpf also wo man das den sumpf leer gemacht haben tja irgendwo mal schauen tja mal schauen das sieht nicht so aus jetzt regnet es auch noch äh ich denke mal hier aber bestimmt weiteres weg stopp 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 jetzt zieh dich langsam motor aus ähm ja wollen wir Robby mitnehmen komm nimm Robby mit aber die muss ich erstmal kurz entlernen Robby wie sieht's heute hier aus die kollegen ja mit sie als halber gewehrmusik nein 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 ach so ok das haben wir so wir haben Granaten mitnehmen wir haben sie im stück das trinken das stau noch ein bisschen Platz das nehme ich mit du gehst da rüber so was haben wir hier drüben noch da drüben äh ich glaube krieg ich das hier rein ja äh ja Messing kann ich mal schmelzen ok das ist zu enter essen rüber rüber ah Pistole achso kann ich Sturmgewehr rein durch sch aufsatz aber das kann ich da kann ich ja nicht drauf setzen oder ne für Sturmgewehr darüber Geld rüber 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 das nehmen wir mit das nehmen wir auch mit äh aber ein bisschen was essen mit ich weiß ja nicht nummer drei mal mit gut so robbie mein freund der sonne der rüber ok geht nicht um mich da ist man hallo tap taste deutsche taste hä oder ja achso ich kann ich gar nicht wundern mädchen treppen bauen müssen mädchen treppen bauen mädchen ok rubbie du gehst da hin ich aktiviere dich aktivieren mir folgen ok da laufen wir den weg hoch oder oder dann geht es auch den weg runter aber es ist bestimmt etwas zum Wasser oh da ist auch noch was oben der Fluss da geht gleich mit dem Fluss fahren na gut gehen wir hoch wie spät haben wir es? 10 Uhr Perfekt das ist auch ein bisschen Wetter hier oh ich hasse diesen Kerl du bist so schluckern ich hasse das Viech genauso wie den Spucklady und das Zumpfmonster ah ok habe ich nicht das einzige was ich vergessen habe nur die Back aber Robby ist ja da lange Trampelfahrt ok da liegt was oh da sind nur Schatten nur Schatten da oben ist es da oben ah siehste sag ich doch perfekt ach so wir haben nicht mehr Aufstieg was machen wir da? Ausdauer ja 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 sieht's überhaupt aus oh Hitschreiberin ja ist Robby noch da? ja ja dum 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 So, mal gucken. Oh, wo bist du? Wer da liegt? Da ist er. Da ist es, mein ich. Flüge zurück, ja. Hätte er besseres Wetter sein können. Tja. Okay. Ich würde sagen, mein Schlafsack ist umvergessen. Na, ich kann mir neu bauen. Jetzt ein kleiner Zug. Oh, 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 oh. Den hat es ja voll zerfetzt. Okay, 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 okay. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir machen erstmal die kleinen weg. Ah, da bewegt sich jetzt die Ballenschuss. Okay. Okay, warte mal, das sind jetzt so. Oh. Oh. Das ist so, Dicker. Wie sieht's aus. Oh, war ich jetzt ja irgendwas? Nee. Kann ich mal vielleicht sagen, wir greifen von irgendwo an. Wenn ich jetzt so, der große Ticker. Da ist der Ticker. Okay. Okay. Oh, wie mache ich das jetzt? Da ist Stinky. Oh, warte mal. Mit Abstand. Ich würde mir sagen, Abstand ein bisschen. Okay. Mal schön aufs Köpfchen. Hä? Achso. So. Gut, der ist weg. Komm, ich lebe nochmal nach. Warte, 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 warte. Gut. Oh, er trifft nicht. Zegi, du triffst nicht. Was, Zeit. Ruhig. Hatte ich nicht mehr Schuss gehabt? Mist. Dein. Oh. So, ich wollte nur sagen, dass wir die Stinky wegmachen. Sie kommt. Okay, sie blüht sich auf. Okay. Und du hast keine Chance zu gehen. Ach, gut. Gut, gut, gut. Hm. Wir haben dann noch Feines. Okay, das wird... Bisschen höher und... Ja, der Wind. Das wird erwind. Der Wind. Okay. Mag ich sagen, dann nehmen wir... Noch mal ein Schauschütz-Ninher. Geht's wieder auf Schuss. Scheiße. Scheiße. Oh. Oh. So, dann noch den eindicken und dann nochmal die, aber ich würde mal sagen, ich würde erstmal hinten den Flitzer erstmal weg machen, oder, ach komm, da muss doch schöne kaputt gehen, oh nein, ach komm. Na ja, komm, Alter. So, dann haben wir hinten den noch und dann müsste, glaube ich, das Flugzeug frei sein, das Flugzeug. Äh, warte mal, der könnte ich da ein bisschen, mal einschießen, oder? Okay. Hau ruhig ab. So, schauen wir mal, was wir schönes finden. Trinken, kann ich da so sein? Ne. Was war hier? Ach so, war der. Warte, ich nehme das Messer. Hier ist noch der Eingang. Licht. Hundertprozentig ist, komm ich hier durch? Ne. Komm ich hier durch? Ja. Okay, Fresschen gibt es hier. Ja, äh, warte mal, so. Oh, ja, 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 okay. Kommen wir hier durch, ja. Also hier kommen wir nicht raus, also hier lang. Wo? Da ist doch keiner auf dem Top. Kommen wir hier reingucken? Ja. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Ganz ruhig sammeln. So durch. Jetzt. Alles klar. Ach so, hier war ich ja. Oder? War ich ja schon? Ja. Oh, Koffer. Ach so, Koffer. Schwer. Ja, okay. jetzt langsam okay ok war nicht was war hier drinnen gehören ok da ist einer kann ich ihn töten gut kommen wir mal ein bisschen schmerzmittel uhr von wo hobby bitte gut ok war leer täschchen trinken ok da warte mal Segen, segen. Leer. Oh. Okay, da sitzt einer. Ob ich schaffe? Ja. Weißt du was? Ne. So, vielleicht kommt Stinky wieder. Bleib liegen. Ja, erste Klasse. Da Stinky, ich seh's. Oh, das freut mich, wenn's immer klappt, das freut mich immer. Wie groß ist denn das? Was guckt echt noch? Hm? Wo? 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 Äh. Okay, Stinky ist auch unterwegs. Meine Güte. Äh. Robbie? Du bist leer? Ne. Okay. Okay. Okay, viel Fresschen ist da. Ähm. Ähm. Das Hoppy. Okay, jetzt geht's hier runter. Ja, okay. Level Aufstieg! Eko. Warte. So. Captain Cap. Tja, wenn der Eko zu breit ist, kommst du nicht weg. Ja, mein Freund. So. Gehst du was Feines hier? Man kann nur aus dem Fenster gucken. Wie spät auch was überhaupt? Oh. Schon fast dunkel. Ich glaube, wir müssen nach Hause. Okay, hier ist sonst nix gut. Komm hier durch. Oh. Ein bisschen spät und Stinky, oder? Oh. 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 da ist es noch da guck ich habe schon drei babys okay was war das schrotflinten was ist 50 prozent was das schuss ach so weiß ich denke ich habe noch nicht gut sommer durch flugzeug müssen so jetzt nach hause was tun gehört einer mutter auch mal gesagt wenn es dunkel wird kommst nach hause typisch besoffener hier lang hier lang hier durch ok los warte mal redpool verleiht flügel ok dann laufen wir jetzt schnell nach haus gut dann mache ich kurz sind wir uns dann im zug das gleiche da ist meine sammlung also die jetzt gefunden habe ich weiß nicht wird bestimmt noch mehr geben gut ich habe genau ich habe noch ich schlafe ich drücke gekommen bin hat man in den buch gibt es ja genau haben wir jetzt alles ja mysteriöse zum wir haben alle zombies das sind die zombies die von ganz von an am anfang wo das spiel rausgekommen ist es hat die ja so sind die früher aus und jetzt gucken wir wie die jetzt aussehen alle und die vielfalt von den kreis oder die euch erst der ich früher hast dann vier ausweiten als geht es dafür sind die anderen da gut haben wir das geschafft guter form weiter und zuck gas gehen vorwärts da fahren wir los gut nehmen kurz mal schauen dass immer vorher aber wir könnten doch ein bisschen schmelzen oder genau da haben wir das weg das gewerker hier oben rein tun gleich nachladen ich frau mich nur wo das sturmgewehr ist entweder ich das nicht gesehen oder keine ahnung wo es hin ist so gasmaske habe ich hätte ich hätte ich schadet sich das spot vergessen habe oder nicht gesehen habe dass ich viel mehr freiheiten gehabt ich meine dem wegen der gasmaske ich bin so durchgekommen ich habe es nicht vermisst ich wusste ja nicht dass du es gibt und ja ich habe das beste draus gemacht sagen wir gucken wo uns die reise jetzt hinführt und da manchmal hat jetzt das dauert doch ein bisschen gut das sehen uns dann gleich wieder an dieser stelle war mir schon das immer wieder gekommen und ja wir fahren jetzt weiter mal gucken das war auch sehr anspruchs ja also spiel macht echt gaudi das also das ist noch entwicklung keine ahnung was noch daraus wird jetzt ja bis jetzt ist richtig gut es jetzt richtig ins positive entwickelt finde ich ist meine persönliche meinung so mal schauen immer jetzt offen vielleicht auf dem weg jetzt noch mal fläche von ihnen hingucken ob ihr irgendwie weg hinführt da muss man dann klappt mal einhalten weil dann ist wieder ein spot nur bäume die kommen wir hatten dahinter ist auch so ich mach mal warte mal habe ich überhaupt noch schauschützende munition da nö nö naja hier schruttflitten warte mal könnte ich hier so ja genau so ist bisschen leiser soll mal schauen was das kommt immer schön aussicht halten aus aussicht halten mal irgendwas übersehen wo ist das war es ist das war kommen wir jetzt bremsen nicht bremsen nicht jetzt wieder im moment ist dieses ende handlung des spiels du kannst die welt weiter erkunden aber ressourcen sondern wir werden nicht mehr regeneriert ok wenn du fünf orte zurückkehrst gern böse ich will bloß ok aha cool wir sind am ende wir sind am ende wir können runter stehen und schauen was hier ist ok kommen wir nicht mal looten na ja na dann sage ich mal das war's wir sind durch erstmal da wollte ich mich erstmal ganz toll bedanken an euch dass ihr mein video schaut gut ihr seid die besten vielen dank auch an die abonnenten die mich neu abonniert haben und die alten also die hier ist wie ich meine nicht alten aber die länger mich verfolgen vielleicht und ja man trifft nicht jeden die schmack im spiel gut das sage ich mal danke vielen dank ihr seid die besten und schießt mal in luft auf wiedersehen mit drei schuss salute oder sehn ich bam gut tschüssi tschüssi